Hallo ihr Lieben, nach meinem letzten Bullet Journaling Videos haben sich man hier ein Setup für meine Wochenübersicht im November gewünscht und deswegen habe ich das heute für euch. Und zwar zeige ich euch einfach, wie ich das jetzt in der ersten Woche gemacht habe und wie ich das weiterführen werde und nehme euch dabei ein bisschen mit. Die beiden Seiten habe ich euch im letzten Video schon gezeigt und auch hier meinen Tracker und meine Memories Seite. Und jetzt kommen wir zu meiner Wochenübersicht. Die habe ich nämlich wirklich mal ganz verändert. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und zwar habe ich hier meine Wochentage hingeschrieben und wollte einfach so ein bisschen was Schlichtes, aber irgendwie auch verspielt, keine Ahnung, irgendwie so eine Mischung machen. Habe dann hier mal so den Smiley, wie es mir geht, Tracker gemacht und hier die Wochentage hingeschrieben und hier eben die Smiley und dementsprechend dann immer eingetragen, wie es mir so an dem Tag ging. Hier kann ich eintragen, was in der nächsten Woche ist, wenn ich die zum Beispiel noch nicht vorbereitet habe. Hier könnte ich To-Dos hinschreiben. Habe ich jetzt nicht gemacht. Manchmal schreibe ich die nicht mehr dahin, sondern einfach nur in den einzelnen Tagen. Und ja, dann habe ich hier noch Notizen hingemacht. Und so ist jetzt meine Wochenübersicht. Die finde ich bis jetzt ganz gut und finde ich sieht auch sehr schön aus. Und dann habe ich hier auch bei meinen Tagesübersichten nochmal ein bisschen was verändert. Das ist vom Aufbau her genauso wie vorher. Aber ich habe jetzt hier nochmal unten so ein bisschen das Schlichter gemacht, hier mit den Schritten, das dann nochmal ein bisschen sortiert. Und ich brauche das Smiley bisher hier nicht mehr, da ich das jetzt hier in dieser Übersicht gemacht habe, was mir eigentlich sehr gut gefällt, weil man das dann eben wirklich in so einer Kurve sehen kann. Und ja, hier oben habe ich das nochmal ein bisschen anders aufgeschrieben. Ich zeige euch nochmal den Vergleich, wie ich vorher meine Tagesübersichten hatte. Und zwar sah es vorher so aus. Fand ich auch ganz süß, aber ich finde es sieht eher unordentlicher aus, als ich das jetzt hier habe. Ich habe hier natürlich jetzt nicht die Wochentage dorthin geschrieben, sondern habe da so quasi getauscht. Ja, also es ist vom Prinzip her noch das Gleiche, aber ich wollte einfach mal ein bisschen den Stil verändern. Und das gefällt mir bis jetzt sehr gut. Aber es ist auch immer noch viel Arbeit, das alles aufzuschreiben und das Ganze so ordentlich zu malen und alles. Also wenn man da die Zeit nicht hat, kann ich das definitiv nachvollziehen. Und auch habe ich das jetzt hier für den Samstag und den Sonntag auch gemacht. Wir haben bei mir jetzt gerade den Sonntag und ich möchte jetzt meine nächste Woche planen. Und ja, deswegen nehme ich euch dabei jetzt mit. Und zwar mache ich jetzt erstmal meine Wochenübersicht, so wie ich das euch gerade gezeigt habe. Und dann nochmal die einzelnen Tage. Und dann mache ich jetzt mal meine Wochenübersicht, so wie ich das hier habe. Und dann mache ich jetzt mal meine Wochenübersicht, so wie ich das hier habe. Und dann mache ich jetzt mal meine Wochenübersicht, so wie ich das hier habe. Und dann mache ich jetzt mal meine Wochenübersicht, so wie ich das hier habe. Und dann mache ich jetzt mal meine Wochenübersicht, so wie ich das hier habe. Und dann mache ich jetzt mal meine Wochenübersicht, so wie ich das hier habe. Und dann machen wir jetzt mal meine Wochenübersicht, so wie ich das hier habe. Und dann machen wir jetzt mal meine Wochenübersicht, so wie ich riesengныеänge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 aufgeschrieben habe und hier oben zum Beispiel immer in einer Farbe, ich habe jetzt hier so ein Headless Blau hintergenommen, das ist irgendwie im Moment so eine Farbe, die ich total gerne benutze. Und da habe ich immer so ein Stück freigelassen und das dann dazwischen geschrieben in so einer Schreibschrift und hier oben dann den November und die Tage hingeschrieben, welche das sind. Bei der Übersicht hatte ich eben, weil es der erste Tag noch der Oktober war, das noch mit so da reingenommen. Und hier habe ich jetzt einfach nur noch November 7. bis 13. hier wieder Notizen, To-Dos für die nächste Woche, dass ich was eintragen kann und mein Stimmungsdiagramm oder wie auch immer man es nennen möchte, dahin gemalt. Und dann habe ich hier jetzt mal nur zwei gemalt, weil ich dachte mir, das dauert jetzt echt lange, wenn ich das noch mehr zeige und es wird genau das gleiche sein. Und ja, hier oben habe ich eben in so einer kleinen Flaggenform quasi, nehme ich einfach die Striche in dieser Flaggenform gemacht habe, so einen Platz für den, wie viel wir haben gemacht. Und dahinter den Tag hingeschrieben, das sehe ich, weil ich habe hier den T-Strich vergessen beim Montag. So. Und dann habe ich hier meine Stunden hingemacht, wieder von 7 bis 24 Uhr. Und hier kann ich eintragen, wie viel ich getrunken habe, die Schritte eintragen, so wie ich das auch hier gemacht habe. Da habe ich das auch immer passend mit der Schrift hier gemacht, weil ich das ganz süß fand. Und joa, das ist so, wie ich jetzt im Moment meine Wochenübersicht und meine Tagesübersicht mache. Wenn ihr nochmal im Vergleich meine Wochenübersicht von davor seht, so hatte ich das. Da hatte ich hier oben die Tage. Jetzt habe ich die Tage hier unten. Und ja, also im Prinzip habe ich das drin, was ich auch vorher drin hatte und diese Erfahrungen habe ich rausgenommen, weil ich das irgendwie nicht mehr so viel verwendet habe. Und deswegen dachte ich mir, mach das jetzt hier so. Und im letzten Video konnte ich euch auch noch nicht zeigen, wie mein... Wie mein Oktober-Memories-Seite aussieht. Aber die sind inzwischen auch fertig. Und ja, jetzt ist es hier auch sehr schön bunt. Ich mag es immer ganz gerne so, auf die alten Memory-Seiten nochmal drauf zu schauen. Und ja, so ist jetzt mein Update. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar Inspirationen mitgeben. Und ja, ihr seht jetzt hier, wie ich meine Wochenübersichten gemacht habe. So sieht sie leer aus, so sieht sie ausgefüllt aus. Und ja, vielleicht konnte ich euch ja ein bisschen inspirieren und die, die sich noch eine Wochenübersicht gewünscht haben, hat das Video gefallen. Natürlich auch allen anderen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!